Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jodl, Krips oder Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die S.S. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Ich stand Feiglinge! Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion nur verhindert! Es hat mit denen nur als wettlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich noch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, Irren Sie sich, der wollte ich! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Lohnen Sie, was Sie wollen!